und herzlich willkommen zurück zu zelda im letzten part haben wir den tempel ausreichend mehr als ausreichend erkundet wobei ausreichend ausreichend ist befriedigend befriedigend ist gut und gut ist es fast ein 1 so haben wir überhaupt in den typen hier schon mal angelabert du hilfst mir ist das krank der fluch ist von mir genommen tausend dank hier ist eine wertvolle belohnung für dich ja auch kein ding was ist steine süßen sehr toll rammel pack ist bei meinem emulator leider nicht mit drin so und jetzt würde ich mal sagen wir stürzen uns zur 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 zum dingens hieß es liegt auch noch vergessen zu dieser zitadelle der zeit so da stürzen uns jetzt hin so fände ich mir mal die den kopfkloppen hier nochmal hoch rechts hoch rechts links hoch ok so zitadelle der zeit ja bitte mein besser immer her damit so muss man schön das schwertchen wiederholen und einmal alt werden ich finde es immer noch so hammer weißt du hier denkst du nix das ist flach textur hat noch nicht mitgemacht kommst hier durch weißt du das für ein schwer ist platzverschwendung übertrieben zu schütteln aber aber da da im blauen outfit wird ne komm ich baller wird rote rein wobei rote rote standard bühne rote rote noch ja so sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön dann einmal die ocarina rausholen und natürlich wieder das lied vergessen das ist irgendwas dunkles irgendwas in die moll war das glaube ich hier komm achja ne 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 wird auf du nicht gebrauch 9 Ja, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ich spiele jetzt nur die Story einfach mal straight durch, weil das Ganze drum und dran, Ocarina of Time ist so ein Riesenspiel, da, nee. Beim besten Willen, das möchte ich euch nicht zumuten. So, eine Menge Fackeln, ein kryptischer Kreis, ein Auge vor einer Tür. Gut. Dann. Heya. So. Und, so schreiten wir den Schatten entgegen. Und hier werde ich auch mal direkt das Auge ausrüsten. Siehste, da kommst du schon mal rein. Weiß mal, müssen wir da rüber. Und rüber, komm mal mit, ach nee, komm hier, die Ocarina brauchst du nicht. Die Schatten hören sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Es heißt, man könnte sie in Kaka Riko finden. Du, längst geschehen, ich bin hier schon mittendrin. So, was hat man hier? Ach ja, ach. Genau. Man kann es ja nur... Ihr merkt, es fehlen dann Totenköpfe. Ja, zum Schälen der Wahrheit. Das ist er nicht. Der Nächste ist er. Sonst stürzt du gut, endlich. Ja? Passt doch. Ah. Wollte schon sagen, was denn, Uno? Das kriege ich keinen Preis hier, oder? Toll, komm ja nie rüber. So, wo komm mal rein? Komm mal nur da rein. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal da rein. Boah, gefällt mir nicht, ey. Schon ganz augenscheinlich. Boah, nee. Da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich sowas sehe. Ach, du Heilige, jetzt. Ach, du, ach, nö. Jene mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben. Ach, diese Poeten aus dieser Zeit. Herrlich. Der Schattentempel. Hier ruhen heilwurts blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Ars. Hm, sieht der ganz nach dem Gegner aus. Find ich da nicht? Boah, ey. Boah, ich seh die Knüse. Ah, komm. Perverso, geh weg, du. Ach. Nein, du perverso, mach dich vom Acker. Ach, wer wer so schweinig wäre. Kriegen wir irgendwas dafür? Nein, natürlich nicht. So, Hammard. Immer noch nicht. Los, ihr Fledermäuse der Wahrheit. Sterbt. Hammard. Dankeschön. Boah, ich muss sagen, geht hier echt schnell, damit Sachen finden. Respekt. Hat sie ein bisschen wenig Zeit für den Tempel oder warum kriegt man hier so schnell die Karte? Oder, was, die Karte? Jo, die Karte. Bülül. So. Herz. Eine Fee vielleicht auch noch ein Angebot? Ne, Pfeile. Schade. So, irgendwas. Gar nix. Gar nix. Schade. So. Warte mal noch hier. Da ist noch... Oh, Gott. Ja. Ist schon vermerkt. In der Dunkelheit verborgen. Und das bloße Auge liegt sich täuschend. Bleibt der rechte Weg verhüllt. Der rechte Weg. Jo. Ist schon... Paarmal registriert. Boah, du ekel. Boah. Ich will mit dem nix zu tun haben, stehe ich auf denen. Ah. Ah. Ja, Muha. Ach. Wie schön. Feige bist du auch noch. Danke. Ja, ich halte die Arme aus. Ich halte die... Kopf runter. Kopf runter. Kopf runter. Kopf runter. Kopf runter werden essen. Ey, ich rede mit dir. er kommt jetzt muss ich mich am opfern geht na los komm 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 schnauze 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 kann ich nicht irgendwie hier damit vielleicht natürlich nicht natürlich nicht kiefer gebrochen konkret so jetzt haben wir direkt den kompass bekommen wie das jetzt aus aber die zeit ist leider wieder vorbei die gleitstiefel mit diesen seltsamen schulen schwebst über dem boden und wofür wir diese schönen stiefel du kannst damit für kurze zeit ist sogar abgründe abgründe überqueren habe mut und vertraut im stiefel ja ich stiefel dich gleich und wofür die wofür wir diese stiefel brauchen werden das erfahren wir im nächsten part natürlich und ich sagte mal bis dann meine lieben freunde bei bei bei